So, jetzt geht's los! So, jetzt geht's los! Oh, Jungs, mein Gott! Was genau? Wer spielt denn mal in der Boeing? Der Bernd Breiter, der Erschaffer des World Club Dome, hat halt die Idee, ich möchte das dieses Jahr machen mit einem Jumbo-Jet. Das hat es noch nie gegeben. Und da gibt's für mich nur einen, der das präsentieren kann. Und das ist Robin Schulz. Der World Club Dome ist ja mittlerweile auch ein bedeutendes Festival in Deutschland. Der World Club Dome, das war was Besonderes. Was Außergewöhnliches, mal so einen Arbeitsplatz über den Wolken zu haben, war schon echt was Schönes. Ich kann jetzt schon sagen, dass wir schon an einem neuen Konzept arbeiten. wo es noch viel, viel höher hinausgeht. So, don't go chasing on the headline. Ich bin einconoere Halter. VonAS. Ich bin ein noines Fahrten. the Säp'n. Ich bin einiger Rated. Aber ich bin ein Kuss. Ich bin ein Kuss.